Was ist der Absolventer? Absolventer ist eine Jobplattform, eine Jobbörse von Absolventen für Absolventen. Das heißt, unsere Mission ist ein bisschen, gefunden werden statt bewerben für Absolventen. Absolventen können bei uns ihren Lebenslauf einstellen, Firmen durchsuchen in Echtzeit unsere Absolventendatenbank und können sich dann quasi bei diesen Absolventen direkt bewerben. Erst wenn Sie dem konkreten Absolventen ein Angebot machen wollen, zahlen die Firmen eine Gebühr von 10 Euro. Und wenn der Absolvent bestätigt, der Firma eine Zusage gibt, dann zahlen die Firmen 100 Euro. Wenn er absagt, zahlt die Firma nichts. Ich glaube, der Scham bei uns ist ein bisschen der, dass wir die Suche für die Firmen deutlich präziser und schneller gestaltet haben. Das heißt, bei Monster ist es aktuell noch so, dass man eine extrem große Datenbank hat und Monster wenig dafür tut, dass die Lebensläufe hochaktuell und aussagekräftig sind. Die Absolventer sind ins Leben gerufen worden, weil wir gemerkt haben, dass der Bewerbungsprozess für Absolventen schlecht läuft nun. Gleichzeitig haben wir gesehen, wir waren alle davor schon mal unternehmerisch tätig gewesen. Es reizt uns mehr, was Eigenes zu machen.